Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, Batteriekapazität ist normalerweise über 3 Anzeige LED ebisbar. Eine LED sollte 1,3 der Batteriekapazität bzw. Minimum anzeigen, 2 LED dann eben 2,3 der vorhandenen Batteriekapazität und wenn alle 3 LED leuchten, sollte die Batterie randvoll sein. Aus Lieferungszustand, es leuchten 2 LED. Das wäre nach Adam Riese 2,3 der Batteriekapazität. Nach erfolgten Nachladen, leuchten zwar alle 3 LED, leider nur kurzzeitig. Die A nach einem Tag sind dann nur mehr 2 LEDs aktiv, das bedeutet, dass sich die Batterie auf 2,3 der Gis. Kapazität entladen hat. Kein gutes Omen. Habe beide Batterien 2,3 mal geladen. Laufzeit der 4A Batterien war für mich die gleiche wie bei 2,5A Originalbatterien. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.